Herzlich Willkommen bei Outlast! Meine Damen und Herren, ich spawne einfach mittendrin der Doktor... Nimm die Tür durch, nur wegen Markus, er nimmt die Tür durch, weil du wechseln... So, wo geht's lang? Oh mein Gott! Wo geht's lang, wo geht's? Oh! Wie war die Steuerung? Oh Gott, nein! Herzlich Willkommen daaaannn! Ciao! Witte aufs Dabbeeeet! Das war's! Underbett, Ninjas halt aktivieren oder wie? Was?! Was?! Wie? Ich hab mich gebunden! Ja, ich komm nicht weg! Er hat mir eine gegeben! Er hat mich aufgespießt! Ich kam nicht weg! Ich... What the fuck! Woher wusste er das?! Nein! Ich will sehen! So, und jetzt haben wir hier raus! Ich will nicht weg! Ich will nicht weg für dein Freund sein! Ich bin lange nicht umschlagen muss, ich geh jetzt mal hier lang. Oh Scheiße. Gut. Also wir müssen jetzt einen Weg finden vor unserem Onkel Doktor Schnippelschneider. Eierschneider. Eierschneider, Entschuldigung. Zu fliehen. So streng ich. Nein, geh weg. Da war mir so unklapp. Mach den Schefft nur auf. Der packt sich durch die Tür, der Opfer. Der packt sich durch die Tür. Hallo. Hallo. Keine Ahnung wo ich hin muss, also wo waren wir stehen geblieben, was muss ich tun? Ich bin schon zweimal aufgenippelt. Den kennen wir ja. Bei der Protase. Ich geh mal hier rein, Alter. Ja, da sind wir ja auch die Toiletten. Ja, da sind wir ja auch die Toiletten. Ja, genau. Durch den Schacht, durch den Schacht. Ich hab's gesehen. Hey, ich möchte raus. Ja komm. Safe. Ich weiß nur die Frage, wo ich geh nicht zu langes. Ich will jetzt nicht resistisch sein, aber ich weiß das beste Versteckung auch. In eine Kusche. Kusche. Ich bin ein Schacht. Ich weiß nicht. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja, aber mein Schacht. Jetzt wird der doch. Ohhhhhhhhhh. Doktor Haschner, mein guter Freund. Sie sind doch meine Hausarzt. Ficker, wo geht's die lang? Irgendwo dreimal im Dreyer. Ich bin hier. Schlimm ist dieser typisch, ich hab schon die Frage. Finde dran, Nerfig! Nerfig! Ich möchte einen Ausgang wissen. Ich hab einen Ausgang gefunden. Juhu! Ach, ne! Obwohl, doch! Ja! 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 Nein! 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 Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja! Stirb! Oh, schade, geht nicht mehr weiter. Okay. Das wird doch ungewärm werden. Oh! Gib mal einen Hi-Fall. Ach, das ist so blöd. Ha! Notiz! Schau mal kurz, öffnen den Schiss. Shit, all den Drücken! Ich bin ein Drücken! Ich bin ein Drücken! Ich bin ein Drücken! Ich schläge es ab! Ich schläge es ab! Sehr geil! Da! Wunderschön! Mmmh! Wow! Pro Perze! Mmmh! Teebeuteln! Teebeuteln! Scheiße! Wo geht es jetzt lang? Hat der eine Kartoffelnase? Ach, du Scheiße! Geht es hier lang? Scheiße, dunkle Gänge! Aber solche Sachen! Ich bin den Dr. похож in Roos! growingack! Hast du ja was gesagt? Ach, du schläfst das Kappenhaus! Nee, ich Appliclerce, ich danke dir! Mach du die Treppenhaus! Ja, du群ig ernsthaft! gibt es einen Anlauf. Guck mal, nach unten. La la la. Eh, 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 was, wie, wo? Ah, ja, guck mal dicht. Genau. Das ist klar, wenn die Tür zu, so da so ein Spalt ist, man durch zwängt hat. Ich auf der Decke kommt gleich. Oder Friede, du. Eh, ich finde, guck mal. Was macht das für eine Urkunde? Geht aber okay. Teamwork! Teamplayer one! Gott, die haben wir eigentlich verdient, aber egal. So ist voll am Arsch. Nein. So. Nein. Was ist das hier? Guck mal da. Nein. Wie denn? Das sieht aus wie Wand. Holz ist dein Freund. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Du hast überwacht. Ich dachte, der zweite Maniacke würde dich aufwarten. Wie der andere Priester würde dich aufwarten. Der will dich. Wir sind nahe. 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 Wie, guck mal. Wie er einfach durchrennen kann und ich natürlich hier. Ich muss natürlich nur noch mal hier. Ich muss natürlich nur noch mal hier. Aber nein. Er würde dich verschleppen. Nein. Ich bin da Bob, der verschleppt wird. Ich bin da. Ich bin da. So. Ich bin da. Mit Rollstuhl machen wir keine Bilder. Oh. 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 Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Hast du mal geprüft, ob kein Clown aufm Klo ist? Klau ist aufm Klo. Hast du mich gerade erschreckt, Alter? Tito. Fuck. Fuck. Ich war's einfach nur lustig. Fuck, Alter. Ich guckte mal, als ich hier so Geräusch gehörte am rumtritt, dann krieg ich mir schon auf diese fucking Fresse, Scheiße! Der sieht aus wie Tom Hanks! Das ist Tom Hanks! WTF? Boah, mein Herz! Wie war das nochmal, der Stub? Das ist doch, das ist doch Tom Hanks! Oh! Spinte bedeuten nie, was gut ist, Tricks und Unterwäsche. Oh! Keiner nicht! Dokumente! Ich glaube, auf der Dokumente. Krankhafte Verfolgungswahn, okay. Sehr gerne, Mr. Watch. Spät akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpflegern. 5, 3, 1, 9, 2, 0. David, oder David Annapurna. Annapurna? Hört sich an wie eine Geschlechtskrankheit. Ditto. Und behandeln Sie sie fortan als Patient von Mount Mercer. Zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt aus eines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Das ist ein geiler Spinn. Da hab ich jetzt drin. Ganz gespinn. Ganz gespinn. Ganz gespinn. Hallo! Oh, das Fenster ist auch gut. Das ist halt eine Kugel. Oh. Okay. Ich schaff's nur da. Die brennt ein bisschen. Ich hatte es. Alles. Mercerf hat so viel von uns. Er hat uns benutzt. Er hat uns in diese... Dinge. Weil niemand über ein paar vergangenen Lunatiken interessiert. Also lass es brennen. Wir brennen das ganze, ganze, ganze Ding. Ja. Du bist leid von dir. Geh raus. Ich will dich. Geh raus aus der Küche. Ich will dich gar nicht gut. Gäste. Nein, 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 nein. Der ist hier nicht mehr. Das ist hier nicht mehr. Das heißt, ich bin jetzt einfach. Ach das! Nein, rechts! Da und! Da und! Da und! Da und! Ich hab' einen Grund! Ja, ist doch scheiße, die in die Feuer! Das dürfen wir mal dann pennen Jule kann ich gleiche Putz aber neben der Rand kippen ich gehe da mal da Da hab ich was gesehn! Batteriii! YouTubernäschen! Von wem schaust du denn groß? Keine Ahnung! Wie bist du dich jetzt schwiegert? Du musst da lang! Nein! Spielern! Warum hab ich den Arsch aufbricht? Dann steht er sogar! Wenn dir fehlen doch zwei Finger! Schau mal! Ich muss jetzt mal meinen Finger wieder suchen! Ich kann dich! Wenn das Spiel speichert... Ich muss jetzt nie! Was gut ist! Mach schon! Schoss da rein! Lalalalalalalala! Welch Mol westl hem own és? das ganze zu der Füße ist das wichtigste im Grunde sollten und abtmunt war er war 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 um es war ein schönes Leben so viel der Beker für den Hauberdung es ist Prozent Okay? Und Schnitt!